Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich darf euch jetzt zu meinem zweiten Die-Kletter-Teil begrüßen. Ich gebe mit euch in erster Linie meine Malmenschublade durch. In meinem Schminktisch unten habe ich normale Highlighter, Liquid-Highlighter, Concealer, Setting-Powder, Setting-Sprays und ich nehme auch noch meine Foundation-Schublade mit dazu, wo da noch Primer und eben Foundations drin sind. Ja, ich habe auf jeden Fall wieder so einige Produkte in den Kategorien im Blick, die ich aussortieren möchte. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so viel wie jetzt in dem letzten Teil. Also wer meinen letzten, den ersten Die-Kletter-Teil noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall vorbeischauen. Da sortiere ich in erster Linie Eyeshadow-Paletten, Highlighter-Paletten und Liquid-Lipsticks aus. Ganz kurze Ergänzung, ich muss euch zwei Produkte zeigen, die ich jetzt doch noch aussortiere. Da habe ich mich im Nachhinein doch noch dafür entschieden, das habe ich jetzt nicht mehr reingenommen. Ich habe auch noch die NYX-Palette aussortiert. Ja, auch wenn ich sie wirklich, wirklich toll und gut finde, habe ich danach dann auch noch mal, weil so Paletten, wo ich mir doch nicht so ganz sicher war, noch mal probiert, sie im Alltag zu benutzen. Und dann muss ich sagen, hm, nee, die Töne, die ich daraus gerne benutze, habe ich auch in anderen Paletten. Deswegen kommt die noch als Ergänzung zu meinem ersten Die-Kletter-Teil mit den Eyeshadow-Paletten, kommt die noch weg. Und außerdem, weil ich einfach weiß, dass ich es nicht benutze, weil wenn ich Cream-Contour benutze, habe ich meine Produkte mittlerweile, die einfach für mich toll funktionieren. Ja, und ich muss sagen, ich bin davon einfach nicht mehr so der Fan. Und zwar, das Anastasia Beverly Hills Contour-Kit ist bei mir auch schon, ich muss mal schauen, relativ fest geworden. Also dann müsste man wirklich noch mal das Aufweichen und mit einer Flüssigkeit dran. Aber, ähm, ja, die beiden Paletten als Ergänzung zu meinem letzten Die-Kletter-Video fliegen auch noch raus. Da würde ich sagen, fahren wir auch mit den anderen Kategorien fort. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem zweiten Die-Kletter-Teil. So, wie schon erwähnt, gehe ich jetzt erstmal mit euch durch meine Schublade. In dieser befinden sich von rechts nach links hier mein Liquid-Highlighter, Creme-Highlighter, Gel-Highlighter, normale Highlighter. Bis hier hinten gehen meine Highlighter, dann kommt Concealer. Und am Ende geht es noch weiter mit Pudern und Setting-Sprays. Und dann gehe ich auch noch mit euch durch meine Foundations. Das ist erstmal der Plan für dieses Video. Und ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal in diese Schublade rein und schauen uns mal an, was so gehen muss. So, wir fangen als allererstes mit meinen Liquid-Highlightern an, die sich hier in der Ecke befinden. Und da fangen wir auch erstmal mit meinen absoluten Lieblingen an. Und die in meinem Leben nie wegkommen werden. Es sind tatsächlich, finde ich persönlich, auch vom Finisher, vom Spiegeleffekt mit No-Shimmer, die aller, allerbesten Liquid-Highlighter ever. Auch für den Körper, aber auch für das Gesicht, komplett in der Foundation. Hammer von Becca. Hier die Shimmering Skin Perfecter Liquid, einmal Moonstone und einmal Opal habe ich. Hier habe ich schon mal das Erste, was ich aussortieren werde. Und zwar ist das von Pixi, der Glowbooster. Den hatte ich jetzt mal getestet unter der Foundation. Also A, habe ich nicht so viel gesehen. Und B, das, was ich gesehen hatte, waren eben kleine Glitzerpartikel. Deswegen kommt der hier weg. Hier habe ich von Cover FX diese Drop Slider. Das würde ich auch nie empfehlen, diese großen Größen zu kaufen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Und zwar trocknet das hier am Rand so richtig eklig immer an. Also absolut doofes Packaging hier, obwohl das Produkt wirklich, wirklich mega krass ist. Deswegen, also in dem Zustand könnte ich es eh nicht mehr irgendwie weitergeben. Ich behalte das und gucke, wie fände ich das noch benutzt. Ich habe hier außerdem auch noch zwei andere Farben in Minigrößen. Bei den Minigrößen ist dieses mit dem Austrocknen eben nicht der Fall, was sehr, sehr gut ist. Also wenn man an Minigrößen kommt von Cover FX, ich glaube, derzeit gibt es die leider nicht. Das war mal so ein Set. Ja, würde ich eher die empfehlen, auch von der Menge her. Man braucht im Leben nicht diese große Größe, wenn man nicht gerade irgendwie Make-up Artist ist oder so. Ja, aber die bleiben genauso wie das von Iconic London, was sehr, sehr ähnlich zu den von Cover FX ist. Aber das ist nochmal ein bisschen weniger Glitzeranteil als die von Cover FX. Deswegen mag ich den hier auch sehr, sehr gerne. Nabla, ja, war, wie ich herausgefunden habe, leider eine Limited Edition der Highlighter-Stick. Absoluter Liebling mit von mir. Ich liebe den derzeit. Ich benutze den so oft und deswegen bleibt er auf jeden Fall, auch wenn man ihn leider nicht mehr kaufen kann. Von Charlotte Tilbury Beauty Light Wand. Das ist auch ein Highlighter, der in so einer Cushion-Form kommt. Richtig, richtig schön, um frisch in die Foundation mit einzuarbeiten. Dann die Liquid Glows von Anastasia Beverly Hills, auch richtig gut. Kommen aber meiner Meinung nach nicht wirklich an die von Becca ran. Die sind trotzdem echt toll, gerade die Farben sind unglaublich schön. Ich habe hier jetzt Perla und Peach Fizz. Die hier sind wirklich vom Finish ein bisschen mehr Metallic und die von Becca haben mehr diesen Glow, diesen puren Wet Glow. Deswegen unterscheiden sie sich schon ein bisschen vom Finish her. Und die behalte ich. Hier habe ich noch eine kleine Größe von der Strobe Cream, die ich sehr gerne mag. So, hier hinten habe ich einen Liquid Highlighter Hello Halo von Wet n Wild. Und da hatte ich tatsächlich überlegt, das auszusortieren. Ja. Also an sich wirklich, wirklich schön. Auch ein toller Metallic-Effekt. Aber den verwende ich tatsächlich einfach überhaupt nicht. Deswegen kommt der weg. Dann hier mal der Marc Jacobs. Das sind diese Dew You Drops. Ja, wird wahrscheinlich jetzt sehr, sehr viele überraschen. Und tatsächlich, ich habe sie, seit ich sie habe, nicht einmal benutzt. Der Geruch ist nicht ganz meins mit zu doll Kokonat. Ja, und auch auf dem Körper ist es zwar schön, aber es ist alles nicht. Also die Farbe ist nicht so meins. Deswegen kommt der weg. Leider, leider, leider. Der ist quasi noch wie neu. Aber tatsächlich habe ich ihn nie benutzt. Und ich werde ihn auch definitiv in Zukunft nicht nochmal benutzen. Dann habe ich hier noch von Fenty Beauty der Starstruck. Das ist dieser hier. Auch an sich ein sehr, sehr cooler Highlighter, der so ein bisschen frosty ist, ein bisschen kühler. Aber es ist einfach, und das habe ich jetzt auch gemerkt, nicht meine Farbe. Und vom Finish her, ja. Ja, beim Auftrag ist er auch ein bisschen trocken. Also es ist einfach jetzt nichts, was ich unglaublich feiere. Fenty Beauty, der letzte Stick, den ich noch hatte, der kommt weg. Ist einfach für mich vom Auftrag her zu trocken. Hier hinten habe ich noch einen Mini-Luminizer. Das war mal so eine richtige Mini-Mini-Mini-Größe. Also ich glaube, kleiner geht es gar nicht. Nicht mal auf der Globe kommen hatte. Aber dadurch, dass ich den ja auch in größerem Set habe, kommt diese hier weg. Und ich habe hier noch den Girl Meets Pearl Liquid Pearl for Face von Benefit. Den ich an sich echt gerne mag. Vor allem, weil er eben so schön nach Kaugummi riecht. Ich brauche den auf jeden Fall noch auf. Den stelle ich mir hier vorne mal hin, damit ich den auch gleich sehe. Hier habe ich noch von Tarte. Das war in einem Mini-Set, das hatte ich euch ja erzählt, aus dem Rainforest of the Sea Set. Solche Radiance Drops, die unglaublich, ihr könnt das vielleicht sehen, unglaublich flüssig sind. Also es ist jetzt nicht der klassische, ja, Liquid-Highlighter. Es ist mehr wie so ein Serum, wenn ihr das vielleicht sehen könnt, was so ein bisschen, ja, Schimmer mit beinhaltet. Ja, ich bin sonst so echt ein Fan von Tarte, aber das Produkt hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Deswegen kommt es weg. So, die Produkte, die ich behalte, die kann ich auch jetzt schon wieder einsortieren. Wow, also hier habe ich auf jeden Fall schon mal sehr viel Überblick wieder geschaffen. Ja, dann haben wir hier meine heiß geliebten Colourpop-Highlighter, die einfach, jetzt habe ich hier Flexitarian, das ist der krasseste von allen, die einfach so unglaublich, guckt euch das an, so unglaublich krass sind. Also ich hatte die jetzt auch mal letztens geswatcht und ich muss sagen, davon behalte ich definitiv jeden einzelnen. Hier hinten habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt von Soeva. Und zwar sind diese Strobe-Gele. Hier muss man ganz klar unterscheiden. Es gab die ersten Farben, dazu gehörte zum Beispiel Halo und auch Corona, die mega toll sind. Die sehen auf der Haut aus, wirklich wie ein Pur-Glow-Highlighter-Mix. Also so ein tolles Finish. Also die beiden werde ich auch auf jeden Fall behalten. Dann kamen neue Farben raus. Wohnt da zum Beispiel auch Nova Feel, das ist dieser hier. Und diese neueren Farben, da hatte ich auch noch zwei andere von, hatten viel mehr gröberen Glitzeranteil als die drei davor, die als erstes draußen waren. Plus, dass ich bei diesem hier das Glitzer irgendwann komplett bis zum Boden absetze und hier oben nur noch Clear-Gel ist. Das habe ich bei den anderen beiden nicht. Also deswegen, die Farbe hier hat mich gar nicht überzeugt. Die Farbe Nova und deswegen kommt der weg. Hier oben habe ich jetzt gerade schon wieder ein paar Paletten hingelegt, die gerade neu reingekommen sind. Ich hatte einmal was zugeschickt bekommen, da war unter anderem diese Catrice-Palette drin, die ich sehr schön fand. Da muss ich ja sagen, ich habe lange aus diesem Preis, ich bin ja schon nichts mehr getestet, was Neues. Die hat mich aber auch hier wieder nicht überzeugt. Sehr, sehr trocken, kaum ein Effekt. Also super, ja leicht. Also für die, die sowas ganz, 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 ganz Leichtes mögen, ist es vielleicht was. Für mich ist es zu wenig und von der Textur einfach ein bisschen zu trocken. Deswegen kommt das weg. Ganz neu jetzt gerade von Benefit habe ich mir bestellt, die Cheat Leader Palette. Und der Blush ist ein Traum. So toll. Hula habe ich jetzt endlich auch ein bisschen größer. Cookie, der Highlighter, wo die ganze Welt, wovon die ganze Welt schwärmt und das zurecht. Ist aber definitiv nichts jetzt unbedingt natürliches für den Alltag. Also da hat man schon ordentlich Wumms und auch Schimmeranteil. Aber diese Palette finde ich mega. Die werde ich definitiv behalten. Ich muss noch überlegen, weil hier wieder mehrere Sachen drin sind, wo ich sie verstaue. Dann habe ich hier noch eine Palette und zwar von Soeva die Cocoa Blend. Dieses Double Highlighter. Einmal ein Bomben Blush Topper und ein richtig toller Highlighter. Das ist ein Highlighter Ton. Das ist dieser hier. Falls euch eventuell von Hatice Schmidt der Highlighter zu hell ist, aber ihr genau diese Richtung mögt, würde ich euch den mal empfehlen. Das ist ein so wunderschöner Highlighter. Richtig, richtig toll. In dieses Duo habe ich mich total verliebt. Deswegen, das bleibt auf jeden Fall auch. Genauso wie, ich habe es eben gerade schon erwähnt, dass ich den nochmal größer habe. Die Luminizer Sister Palette ist auch so ein mini-größeres Set von The Balm. Also mit dem Luminizer. Bleibt natürlich auch. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier umstelle, damit die auch hier mit reinpassen. So, wir kommen zu meinen normalen Single Highlightern. Und hier muss ich echt sagen, werde ich, glaube ich, gar keinen aussortieren, weil ich mich da schon mal sehr, sehr, sehr beschränkt hatte. Und auch hier schon mal in meiner letzten Lieblatterei sehr extrem aussortiert habe. Deswegen werden die hier soweit bleiben. Also meine ganzen Bäcker, mein Wet n' Wild. Absoluter Favorite sowieso. Ja, der muss bleiben. Auch super verliebt bin ich in das Aura Glow Powder von Love. Richtig tolles Produkt, auch wenn es kein klassischer Highlighter in dem Sinne ist. Mega toll von Stila. Auch etwas, ach, das ist so spiegelglowy. Es ist unglaublich ein Ding, was ich auch nie, 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 nie aussortieren werde. Dann haben wir hier die drei von Jouer. Aber auch hier muss ich jetzt sagen, muss ich im Sommer nochmal schauen. Eventuell werde ich die dunkelste Farbe aussortieren. Aber die muss ich jetzt nochmal testen. Ich habe die so lange nicht verwendet. Hier vorne habe ich Mini Single Eyeshadows von Kiss. Da hatte ich letztens mal auf Instagram drüber geredet. Die so gut sind. Und da ich aber nicht weiß, wo ich sonst meine Single, es sind nur drei Single Eyeshadows aufbewahren soll, weil ich sonst keine Single Eyeshadows besitze, habe ich sie hier vorne mit drin. Deswegen bleiben die einmal hier. Hier habe ich von Hypoallergenic oder Allergenic ein Face and Body Illuminating Powder, was wirklich, wirklich gut ist. Das ist toll für helle Haut. Sehr, ja, frosty, icy schon fast. Kommt aber weg. Hier habe ich von Nabla so einen, ja, Powder. Da muss ich sagen, da bin ich ganz stark am Überlegen, das auszusortieren. Aber ich habe noch nicht so wirklich herausgefunden, wozu ich das am besten benutzen soll. Es ist halt wieder kein klassischer Highlight. Das ist mehr auch so ein Puder, was eben Glow mit drin hat. Das Einzige, ja, die Farbe ist mir, glaube ich, dann doch einen Ticken zu dunkel. Also hier könnt ihr das vielleicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich den Ton jetzt wirklich als Highlighter verwenden würde. Aber ich glaube trotzdem, dass ich es nicht benutzen werde. Deswegen kommt das weg. Hier habe ich noch meine Ofra Highlighter, die alle definitiv bleiben, weil die einfach mega krass sind. Und hier hinten noch den von Dose of Colors. Ja, aus der Daisy & Katie Kollektion. Aus der ersten und das war Fuego. Ein mega toller Sommerton. Also kann ich jetzt noch nicht tragen, aber im Sommer ist der so blendend. Ja, das waren auch schon hier meine Single-Puder-Highlighter. Also ich muss sagen, es ist gar nicht mal so viel. Und auch hier ist es mir wichtig, einen schönen Überblick zu haben, dass ich eben in dieser ganzen Masse nicht ertrinke. So, hier sind meine Concealer. Ich bin momentan total auf dem Concealer-Trip. Teste unglaublich gerne neue Concealer. Mag auch sehr viele. Der von Jeffree Star, richtig tolles Ding, bleibt. Dann bin ich gerade am testen, den von Elle, wo ja viele von schwärben. Ich weiß nicht, ob der mir nicht ein Ticken zu trocken ist. Ich muss ihn aber noch mehr testen. Und dann der von Jouer, der auch wirklich, wirklich gut ist. Meine beiden Fenty Beauty Concealer, die momentan wirklich ein bisschen zu trocken sind, muss ich sagen. Ja, bleiben trotzdem definitiv. Den Born This Way, der ist auch sehr schön. Bräuchte eventuell nochmal eine Farbe heller. Colourpop habe ich heute nochmal getestet, weil ich mir nicht sicher war. Bleibt aber auch. Hier hinten habe ich einen von Wet n Wild, der wirklich, wirklich gut ist. Aber die haben leider nur solche peachigen, rosa Untertöne. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ein wirklich, wirklich toller Concealer. Aber für meinen Hautton, meinen Unterton gibt es hier leider gar keine Auswahl. Deswegen, ja, leider Gottes kommt der weg. Hier vorne habe ich so zwei sehr natürliche Alternativen. Ja, ein sehr, sehr mega, mega dünner Concealer, aber ist auch von der Marke Hypoallergenic, Allergenic, wie auch immer das ausgesprochen wird. Mega dünn, also wirklich nichts für Leute, die gerne abdecken wollen. Aber für den Alltag einfach nur, wenn ich nur Concealer tragen möchte. Das ist ein schöner, glowiger Pflegeconcealer, mag ich sehr gerne. Genauso wie von Hey Honey, der hat ein bisschen höhere Deckkraft, ist aber Naturkosmetik. Man hat tolle Inhaltsstoffe und tut auch was für die Haut. Den benutze ich sehr, sehr gerne im Alltag. Ja, über meine Favorite Concealer kommt nichts rüber. Von Nars, die. Ja, genauso wie von Tarte, der Rainforest of the Sea Concealer. Hier habe ich noch von Becca diesen Under Eye Brightening Corrector. Dann die beiden von Tarte, die ich eigentlich fast gar nicht mehr benutze. Ich beheize die natürlich, weil die auch schon relativ leer sind. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile von dem Shape Tape weg. Der ist mir viel zu trocken. Ist gerade, wenn man über den Tag trägt, so krallt er sich so an der Haut fest, dass es manchmal wirklich cakey wird. Also als Concealer selber benutze ich den gar nicht mehr gerne. Ich finde, da gibt es mittlerweile so viel schönere, andere deckendere Alternativen. Ich benutze ihn tatsächlich lediglich ganz gerne zum Pickel abdecken. Oder eben wirklich als Eyeshadow Base, aber wirklich als direkten Concealer mag ich die Textu gar nicht mehr. Das ist mir viel zu schwer. Ja, deswegen, die brauche ich auch, aber ich glaube, ich würde mir jetzt kein Shape Tape mehr nachkaufen. Und hier hinten habe ich noch meinen Yves Saint Laurent Touche Eclat, der ja auch mehr wie der von Becca hier in so eine Peach-Richtung geht und mehr so einen auffällenden Effekt hat. Den trage ich mal ganz gerne unter einen deckenden Concealer. Ja, und somit kommen wir auch schon zu der Kategorie Puder, die hier hinten sind. Und nur hier vorne habe ich jetzt noch so vereinzelte Produkte, die eben gut in dieser Aufbewahrung, die übrigens von Tidy Ups ist. Ja, auch die anderen Boxen, die ich da drüben habe, wo ich meine Liquid-Highlighter drin habe und so, die habe ich alle von Amazon. Das verlinke ich euch. Ja, ich habe hier drin liegen von Smashbox das Primer Water. Ich muss sagen, das ist so einer der Produkte, wo ich nichts merke. Also wirklich gar nichts. Als würde dieses Produkt nichts auslösen und ich mag auch den Geruch nicht so wirklich. Also ich habe es ein bisschen, könnt ihr sehen, getestet, aber für mich ist es nicht. Das ist jetzt kein Produkt, was ich nochmal kaufen würde. Deswegen, und weil ich so viele andere Setting Sprays habe, die ich liebe, kommt das weg. Hier habe ich ein Setting Powder von Shape Tape. Das bleibt auch erstmal. Hier habe ich mein heiß geliebtes Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Puder. Das ist eine der besten und schönsten, die es wirklich gibt, so zu empfehlen. Ich habe jetzt hier die Farbe 1, die meine Farbe ist. Ich hatte davor die Farbe Medium mal bestellt. Das ist diese hier. Die ist mir aber definitiv zu dunkel und die werde ich auch nie groß benutzen können. Ja, das war leider ein Farbfehlkauf, deswegen kommt das weg. Dann von Essence das Puder, was sehr, sehr gut ist. Eine tolle Drogerie-Alternative. Deswegen bleibt das auch. Finde ich sehr gut. Ich muss mir übrigens, habe ich gerade gemerkt, auch den Essence Concealer nochmal nachkaufen, der auch mega ist. Hier hinten habe ich ein Produkt von MAC, was schon uralt ist, also wirklich uralt. Und ich meine, dass sich irgendwie hier die Struktur verändert hat und das auch nicht mehr so wirklich gut riecht. Ich glaube, das Ding hier ist sechs Jahre alt, locker. Und naja, also ich würde es nicht mehr benutzen, deswegen das kommt weg. So, hier habe ich jetzt meine Loose Setting Powder. Ja, habe ich auch sehr, sehr viele. Die meisten werde ich definitiv behalten. Aber ihr seht hier, Platz ist aus allen Nähten, deswegen es muss hier was weg. Jetzt gerade ganz neu getestet in meinem letzten Video. Video mit neuen Produkten, wo ich auch den Concealer und das Puder auftrage. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Also schaut mal bei dem Video vorbei. Da habe ich auch einen ganz, ganz außergewöhnlichen, coolen Look geschminkt. Ja, dieses Puder hier. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Puder, die ich liebe. Auch dieses Puder war super gut. Ich habe das jetzt komplett gereinigt und zugemacht. Die Verpackung hat mich mega gestört. Und eine Sache gefällt mir gar nicht und das ist der Geruch. Also der ist so penetrant, so ein penetranter Zuckerwattengeruch. Gefällt mir gar nicht. Das Puder ist okay. Ist halt, ist wie ein gutes Puder eben. Kann man auch mit anderen vergleichen. Aber dafür steuern mich einfach zu viele Sachen. Deswegen, das von Jeffree Star kommt leider weg. Ja, Puder, die ich liebe. Definitiv mein Peach Perfect Hammer Puder. Ja, Laura Mercier ist oldie but goodie. Bleibt auf jeden Fall mein absoluter Liebling derzeit von Fenty Beauty. Und eine Sache, ja, und eine, die ich einfach noch ein bisschen mehr testen muss, weil ich dazu noch nicht ganz so viel sagen kann in der Anwendung, ist von Hourglass das Puder. Hier hinten habe ich ein bisschen kleinere. Einmal von Colourpop das, was auch sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Deswegen, das bleibt. Hier habe ich noch einen Mini Laura Mercier Powder als Reisegröße. Und dann habe ich noch von RCMA das Puder. War ja eine Zeit lang ein Riesenhype um dieses Puder. Ich muss aber sagen, ich habe das nie wirklich benutzt. Also es ist wirklich toll, gerade wenn man vielleicht Make-up Artist ist. Man hat eine Riesenmenge an Puder, was wirklich gut ist. Aber ich habe es eben auch aufgrund, in erster Linie wegen der Verpackung. Die Verpackung stört mich einfach extrem. Benutze es einfach nicht so, wie es hier liegt. Und dann soll das lieber jemand anderes haben. Deswegen kommt es weg. Hier habe ich meine Setting Sprays. Ich muss sagen, ich liebe Setting Sprays. Gut, dass das hier nicht wegkommt, ist wahrscheinlich jedem klar von Tatcha. Ich würde es mir aber jetzt auch, glaube ich, hier seht ihr jetzt noch ganz wenig drin, nicht mehr nachkaufen. Es ist ein Bombenprodukt, auch wenn mir der Goch nicht ganz gut gefällt. Aber es ist Hardcore Dewy. Ich habe bis jetzt noch keins gefunden, was da rankommt. Ich habe noch so ein, zwei, die ich nochmal austesten möchte, die da eben rankommen sollen. Aber dafür, dass man das nicht bekommt, und ich es wieder aus dem Ausland bestellen muss für Scheiße, wie Geld. Es sind für mich Gründe, das einfach nicht mehr zu bestellen. Außer es kommt irgendwann mal hier vielleicht bei Sephora an. Das würde ich mir sehr wünschen. Nein, deswegen, das brauche ich jetzt noch auf. Aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal bestellen. Dann habe ich hier von MAC das Fix Plus. Ja, noch in der Kokosnuss-Version. Die Original-Version habe ich jetzt aufgebraucht. Die baue ich auch noch auf. Und dann würde ich mir auch nur wieder die Original-Version holen. Ein ganz, ganz tolles Setting-Spray von Anastasia Beverly Hills. Das Dewy Set. Hammer, 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 Hammer. Dann jetzt gerade ganz neu habe ich auch in dem neuen Video, wo ich neue Produkte teste, jetzt beim letzten benutzt, von Iconic London. Das hier würde ich tatsächlich mehr für den Körper benutzen. Ich finde es aber schön, dass ich mir so eine Mini-Größe bestellen konnte. Und das behalte ich auf jeden Fall, um mal eine Alternative zu haben, falls ich mal genau sowas mit Schimmer möchte für die Haut. Und wenn ich möchte, dass es eben ein bisschen schimmert. Und mein All-Nighter muss, muss, muss. Auch wenn ich da sowas nicht jeden Tag benutzen würde. Dann habe ich hier von NYX das Dewy Finish. Da hat mich tatsächlich sehr erschrocken, dass das Nebenwasser, der nächste Inhaltsstoff, Alkohol ist. Ich werde das aufbrauchen. Ich finde das nicht schlecht, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht nochmal nachkaufen, weil ich mittlerweile einfach andere besser habe. Das von Morphe ist auch sehr gut. Werde ich mir aber auch nicht nochmal nachkaufen, wenn ich das aufgebraucht habe, weil mir der Sprühkopf einfach nicht gefällt. ist mir viel zu neblig, viel zu dünn. Aber sonst ein sehr gutes Setting Spray. Dann habe ich hier eins von Colourpop, das Face Setting Spray. Das ist etwas, ist auch ein gutes, also ich finde bei Setting Sprays, kann man das immer nicht so ganz genau sagen. Ich mag hier den Sprühkopf sehr gerne. Der Nebel ist perfekt. Der Geruch gefällt mir nicht so gut. Ich benutze es auch, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht. Deswegen, ja, es macht mehr Sinn, wenn ich es aussortiere. Deswegen kommt das weg. Und als letztes, auch gerade neu entdeckt, für mich tatsächlich, eine tolle Alternative zu dem All-Nighter Setting Spray von Urban Decay. Bei diesem habe ich ganz klar auch einen Unterschied gemerkt, wie lange mein Make-up hielt. Richtig, richtig toll. Wäre für mich jetzt auch nicht, aufgrund des Alkohols, was hier gleich als nächstes hinter Wasser drin ist, auch keine tagtägliche Alternative. Aber wenn ich möchte, dass mein Make-up lange hält. Also für mich eine mega, mega Drogerie-Variante zu dem All-Nighter. Also behalte ich auf jeden Fall auch. Und dann habe ich auch hier bei den Setting Sprays, wow, oh mein Gott, wieder Platz geschaffen. Das ist ja unglaublich. So, also ich bin ehrlich, ich finde toll, wie das jetzt hier aussieht. Hier sind so viel mehr Platz, so viel ordentlicher, so viel übersichtlicher. Allein nur, dass ich wieder ein paar Sachen aussortiert habe. Ich bin mega zufrieden. Zeige euch gleich mal die Produkte, wie ich alle aussortiert habe. Vorher gehen wir zu den Foundations. So, hier ist meine Foundation-Schublade. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, es ist auch jetzt schon relativ übersichtlich. Ja, und da gehe ich auch mal von hinten mal jetzt mit euch durch. Hier habe ich meine Lancome, die ich jetzt erst wieder getestet habe, wo ich leider ein bisschen was drunter mischen muss an Gelb, weil Lancome leider nicht den richtigen Farbton hat für mich. Aber die ist so gut, so eine Filter-Foundation. Meine beiden All-Hour-Foundations von Yves Saint Laurent, die bleiben auch. Eine der besten matten, deckenden Foundations. Die habe ich in zwei Farben. Hier vorne sind meine Fenty Beauty Foundations. Auch wieder einmal Sommerfarbe, einmal Winterfarbe. Ja, hier vorne ist auch der Primer von Fenty Beauty, den ich liebe. Der bleibt auf jeden Fall. Und ganz neu drin ist die Fonsealer Foundation, die wirklich, wirklich toll ist von Tarte. Ja, ich gehe jetzt einfach mal am besten von hier hier komplett durch. Hier waren wir schon All-Hours-Foundation. Hier habe ich eine von MAC. Und zwar die Pro Longwear Foundation in der Farbe NC25. Aber ist momentan extrem zu dunkel. Kann ich wirklich nur im Sommer tragen. Das ist meine absolute Sommerfarbe. Und dann finde ich sie einfach zu orangestichig. Also plus, dass ich auch finde, ja, ich habe einfach bessere Foundations, die meine Haut schöner, ebenmäßiger machen, die nicht so in die Fältchen rutschen. Ist an sich eine gute Foundation, aber mittlerweile finde ich extrem überholt, was es mittlerweile auf dem Markt gibt. Deswegen, weil der Farbton nicht auch nicht so perfekt ist, kommt die weg. Ach so, was ihr noch kurz zeigen wollt. Ich hatte ja außerdem auch noch meine Gournol Essentiel Foundation aussortiert. Das hatte ich in meinem letzten Bye-Bye-Video ja erwähnt. Wieso, weshalb, warum? Das ist diese Foundation hier. Hat leider für mich überhaupt nicht funktioniert. Hier habe ich meine Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Mega Foundation. Leider Gott ist sie 3.5. Auch nur meine Sommerfarbe kann ich derzeit noch nicht benutzen. Oh, hier vorne sehe ich gerade ist noch die Hourglass Stick Foundation in der Farbe Warm Ivory. Leider funktioniert die absolut nicht für mich. Also die ist so schwer zu verteilen im Gesicht. Unglaublich. Also, ich glaube, für trockene Haut überhaupt nichts. Ich weiß, dass sie von vielen unglaublich geliebt wird. Mit einer der besten Stick Foundations ever sein sollen. Aber für mich funktioniert sie absolut nicht. Deswegen kommt die weg. Hier habe ich von Tarte den Primer, der mittlerweile ein bisschen verändert wurde. Das ist jetzt auch die alte Version. Liebe ich aber auch absolut. Hier haben wir als nächstes von Maybelline. Die Luminous & Smooth Fit Me Foundation in 120. Eine mega tolle Alltagsfoundation. Mag ich unglaublich gerne aus der Drogerie. Bleibt auf jeden Fall. Genauso wie von NYX die Can't Stop, Won't Stop Full Coverage. Obwohl ich Full Coverage nicht unterschreiben kann. Also Full Coverage ist für mich ganz klar was anderes. Bleibt auf jeden Fall. Ich finde den Ton klasse bei mir. Das ist True Beige. Das habe ich noch von Tarte die Amazonian Clay Foundation. Auch wirklich eine super, super tolle Matte Foundation. Da wollte ich jetzt nochmal schauen, ob ich eventuell einen besseren Unterton finde. Aber so lange behalte ich die erstmal. Dann nehme ich jetzt diese Reihe hier. Hier hinten stehen meine beiden Dior Forever Foundations und die Forever Skin Glow. Beide Foundations richtig gut. Bleiben hier auf jeden Fall. Meine Rainforest of the Sea Foundation liebe ich. Habe ich mir jetzt auch noch meinen neuen Ton oder anderen Ton bestellt. Ja, ich glaube zu der Foundation muss ich nichts sagen. Bomben Foundation mit einer der besten. Auch diese hier finde ich richtig, richtig gut. Von Estee Lauder die Double Wear Nude Foundation. Bleibt auf jeden Fall auch. Da ein absoluter Lebensretter für mich von Face Atelier. Die Ultra Foundation Pro. Das ist zum mischen. Ist das ein Gelbton? Brauche ich auf jeden Fall bei so ein, zwei Foundations hier. Also rettet mir immer mal wieder mein Leben. Dann zwei, die mega alt sind. Also wirklich, wirklich mega alt. Die haben sich jetzt auch schon hier komplett Flüssigkeit getrennt. Und jetzt auch eine Foundation. Ich habe sie jetzt vor letzter Zeit noch mal kurz getestet. Sie funktioniert einfach nicht mehr so. Also es ist wirklich, sie verrutscht leicht, betont. Also das finde ich gar nicht mehr früher, als ich die... Ich meine, wie alt ist die jetzt schon? Locker fünf Jahre alt ist die, sind die Foundations hier schon. Früher war das mit einer der besten Foundations ever. Aber mittlerweile gibt es einfach für meinen Hauttyp, für meinen vom Finish her einfach bessere. Vor allem habe ich diesen Namen nie verstanden, weil es ist definitiv keine glowige Foundation. Deswegen, eine Ära ist vorbei. Weil die beiden müssen wirklich mal, leider Gottes in die Mülltonne, weil sie viel zu alt sind und wie gesagt, sich schon trennen. Ah, eure Zeit ist leider um, sorry. Dann gehen wir die Reihe einmal durch. Eine Foundation, die ich in letzter Zeit sehr häufig benutzt habe, weil ich A, wieder hell genug bin. Und im Sommer passt sie mir nicht so. Und zwar ist das die andere Lancome Foundation, die Turmeric, richtig schöne Alltagsfoundation. Hier auch ein neuer Liebling von mir ist die Laura Mercier Flawless Lumiere Foundation. Mega, mega, mega. Bleibt auf jeden Fall. Hier haben wir von Charles Tiberi den Hollywood Flawless Filter in Light Medium. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal eine Nuance heller holen. Ein Bombenprodukt. Genauso wie die MAC Face & Body. Ich glaube, mit so die leichteste Foundation, die ich wirklich besitze. Derzeit kann ich die Farbe leider nicht benutzen, weil C3 ist meine Sommerfarbe. Jetzt müsste ich eine C2 haben. Ich hatte auch schon überlegt, mir die C2 nochmal zu bestellen. Aber derzeit benutze ich die einfach nicht so, weil ich einfach momentan auch ein bisschen was Deckenderes mag. Ja, bleibt auf jeden Fall. So, hier haben wir von Make Up For Ever die Ultra HD. Ist einfach die Qualität mittlerweile überholt. Ja, deswegen auch der Ton passt nicht mehr so perfekt von dem, was ich einfach mittlerweile benutze. Und deswegen kommt die weg. So, hier habe ich von Charles Tiberi die Magic Foundation. Ein Ton, den ich gerade jetzt momentan tragen kann. Der ist eigentlich viel zu hell für mich, aber derzeit passt das ganz gut, wenn ich noch ein bisschen bronze. Das ist 3.5 Fair. Werde ich jetzt hier ein bisschen brauner, dann muss ich mir auf jeden Fall eine Nuance dunkler holen. Deswegen, ich muss sie erst einmal testen. Ich bin noch nicht zu so einem wirklich finalen Entschluss gekommen, wie ich sie finde. Deswegen bleibt sie erst einmal hier drin. So, wie ihr sehen könnt, sind das im Endeffekt nur meine Foundations. Hier sind jetzt noch alles Primer. Marc Jacobs Coconut Primer bleibt auf jeden Fall. Der Gourn-Lore Primer bleibt auf jeden Fall. Hammerding. Dann auch von Becker. Der bleibt auch zu 100 Prozent. Hammer. Da habe ich hier noch eine kleinere Größe von Hourglass. Gerade für trockene Haut. Das ist so ein Öl. Das ist so ein Serum Primer. Mega, mega, mega für mega trockene Haut. Hammer Produkt. Würde ich mir wahrscheinlich auch eine Originalgröße von holen. Dann habe ich hier von Elf ein Poreless Face Primer, den ich mal zugeschickt bekommen hatte zum Testen. Ist aber, um echt zu sein, nicht meins. Also A, weil das einfach nur dieses Silikonige ist. Ich benutze das nicht. Das passt einfach nicht zu meinem Hauttyp. Deswegen kommt der weg. Hier habe ich noch eine kleine Probe von Smashbox. Auch hier wieder Pore Minimizing. Das ist eine Textur, die ich einfach nicht so mag. Ja, kommt weg. Hier habe ich noch super viele kleine Pröbchen. Oh, ah, hier ist mein Tarte Base Tape. Auch gerade neu aus dem Mini-Set. Bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier von Too Faced eine kleine Größe von diesem Cooling Matte Skin Perfect. Den Primer ist gar nicht meins gewesen. Kommt weg. Das einzige Pore Minimizing Produkt, was ich dann mal auch für Freude oder sowas benutze, was ich behalte, ist definitiv der Porefessional. Das waren auch so Mini-Größen, die in Sets mit dabei waren. Deswegen, das wird so der einzige silikonige Primer, den ich erstmal behalte. Und hier habe ich noch eine kleine Reisegröße von dem Smashbox. Photo Finish Primerizer. Auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Das stelle ich mir mal oben hin. Benefit noch eine Größe. Oh, den muss ich auch unbedingt mal weiter benutzen und testen. Wow. Also jetzt mal ganz ehrlich, für eine Make-Up-YouTuberin würde ich jetzt mal behaupten, ist das hier unglaublich übersichtlich. Ich liebe es trotzdem, neue Foundations zu testen. Das werde ich weiterhin auch. Und werde aber auch weiterhin, wenn ich sie getestet habe und sie mich nicht zu 100% überzeugt haben, sie auch wieder auszusortieren. Ja, so mein Lieben, das hier habe ich jetzt alles aus dieser Einschublade plus die Foundationschublade aussortiert. Es ist unglaublich. Also ich muss wirklich sagen, es ist für mich wirklich unglaublich, wie viel ich hier aussortiert habe. Ich hoffe, dass euch dieses Die Glatter-Video auch wieder gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht abonniert meines Kanals an solltet, dann könnt ihr das hier gerne nachholen und auch mein letztes Video schauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, vielleicht beim nächsten Die Glatter-Teil. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.